Am Freitag werden wir Valentin Lusin bei Let's Dance mit einer neuen Optik erleben. An Katrin Bendixen und Valentin Lusin haben das Ticket für das Let's Dance Halbfinale gelöst. Wir müssen das Ganze erstmal verarbeiten, erklärte Lusin nach dem erneuten Weiterkommen seines Schützlings im Interview mit RTL. Und weiter. Ich freue mich natürlich, aber wir begreifen das nicht. Wir sind immer Letzter und kommen weiter. Der Profitänzer ist überzeugt, dass die Let's Dance Fans vor der Fernsehbildschirme Ann-Katrin lieben. Let's Dance Ann-Katrin Bendixen über das harte Juryurteil. Für mich war es so klar, dass ich gehe, obwohl das die stärksten Tänze waren, die ich hatte, ergänzte Bendixen. Die Beurteilung der Jury seien für sie völlig in Ordnung gewesen. Dennoch hätten sie die harten Worte der Juroren getroffen. Ich dachte, okay, das Halbfinale ist abgeschrieben, ich soll nicht dabei sein. Jetzt wisse sie nicht, wie sie mit dem erneuten Erfolg umgehen soll. Natürlich freue ich mich, aber ich habe eine innere Verwirrung, dass das gerade passiert ist, so die Kandidatin. Let's Dance So hart wird das Halbfinale. Inzwischen ist der Schock über das Weiterkommen verdaut. Bendixen und Lousine zeigen sich wieder beim Training für Show 11, die besonders hart wird. Denn neben den beiden Tänzen, die sie bisher noch nicht im Wettbewerb zeigten, müssen die beiden auch den Impro-Dance meistern, der 2024 unter erschwerten Bedingungen stattfindet. Denn die Tanzpaare werden beim Impro-Dance Even More Extreme 2.0 nicht nur einen, sondern zwei Tänze zielen, die dann in 90 Sekunden auf das Parkett gebracht werden müssen. Let's Dance Vadim Gabusov über die Hardcore-Woche Dazu Profitänzer Vadim Gabusov im Livestream nach Show 10. Ich muss sagen, dass das Halbfinale wegen des Impro-Dances härter ist als das Finale. Du tanzt zwei Tänze, die neu sind, plus einen Haufen anderer Tänze, die du trainieren musst. Im Finale sind es zwar drei Tänze, aber einen davon hast du schon gemacht. Das Semifinale ist wirklich Hardcore. Let's Dance Valentin Lusin hat vor dem Halbfinale Barthaare gelassen. Wie Ann-Kathrin Bendixen auf Instagram berichtete, habe sich Valentin Lusin den Bart abrasiert. So kommen wir weiter, ist die überzeugt. So kommen wir wieder. So kommen wir weiter, aus dem Halbfinale Barthaare gelassen wird. So gehen wir wieder.